Herzlich willkommen zurück zu Nier und ich seh da eine Maus, die muss in meine Tasche. So. Im letzten Part sind wir durch diese Ruinen gelaufen. Durch den Müllberg sozusagen. Und haben uns Titan-Legierungen besorgt, indem wir gegen diese doofen Roboter da drin gekämpft haben. Maus! Und ja, das haben wir erfolgreich abgeschlossen und bringen die Titan-Legierungen jetzt weg. Und gucken aber vorher nochmal, ob hier noch eine Maus rumrennt. Ich glaube nicht. Sehr schön. Dann bringen wir den beiden das mal. Ich bin einsam, ich bin meine Mama. Hallo. Wir haben deine Materialien. Ah, vielen herzlichen Dank. Ich werde eure Waffe sofort aufrüsten. Normalerweise müsstet ihr dafür bezahlen, aber dieses Mal ist es umsonst. Gratis. Waffe verbessert. Du kannst deine Waffen verstärken, indem du das benötigte Material zu zwei Brüder Waffen beim Müllberg bringst. Und eine Gebühr entrichtest. Bitteschön. Und danke nochmal. Damit sollten wir den Laden eine Weile weiter betreiben können. Mama. Was stimmt denn jetzt nicht? Es tut mir leid. Er ist einfach nur ungeduldig und denkt, wir sollten nach Mama suchen. Wir müssen einfach nur warten, okay? Sie wird bald zurück sein. Mama. Weiß. Ja, ja. Ich weiß. Wir ziehen los, um die verlorene Mutter zu retten, nicht wahr? Bitte nein. Ich schulde euch bereits mehr, als ich jemals begleichen kann. Spare es dir. Das kümmert mich nicht. Ich verstehe es nicht. Unsere Mutter ist... Ja? Schon gut. Mama hat sich für gewöhnlich ziemlich tief in den Bergen vorgewagt. Ich denke, sie hat häufig den Aufzug benutzt. Daher gebe ich euch mal lieber den Aktivierungscode. Okay. Dankeschön. Tschüss. So. Ist hier wieder Mäuse? Mäuse. 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 Moneten. Nein. Ich will nur Mäuse. Und speichern. Möchte ich einmal. Bevor hier wieder ein Unglück passiert. Und ich sterbe oder so. Ich habe ja gerade nicht viele Heilitems mit. Weil ich die alle verballert habe. Ich hält. Genau hier findet man die nämlich nicht so toll. Ja, Moment. Das ist der Aufzug. Das ist der Aktivierungscode hierfür. Den ich bekommen habe. Warum ist das X denn jetzt da? Ach so. Weil ich den unten aktivieren muss. Und hier so... Okay. Wir müssen den natürlich in der gefährlichen Gegend aktivieren. Und nicht in der sicheren. Halbwegs sicheren. Hier laufen Mäuse rum. Das könnte gefährlich sein. Ach ja. Oh Gott. Lass mir den Ruf. Okay. Nein, das wird nichts. Ich bin zu nah dran. Alter, warum seid ihr wieder da? Oh fuck. Natürlich treffe ich so nicht. Ähm. Danke. Hast du ein Item fallen lassen? Oder habt ihr das gerade nur gemacht, um... Ah ne, im Anlass wirklich ein Item fallen. Uff zum Aufzug. Wähle einen Zielort. Erstes Untergeschoss. Aufzug fahren. Aufzug fahren. Das sind Rote. Das sind Rote. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ähm. Hi. Ja. Scheiße. Moment. Lass doch rüber reden, Mann. Beide. Jawohl. Die Roten sind nicht angenehm. Da mag mir, glaube ich, auch keiner widersprechen. Kräuter werden mal toll. Aber ich glaube, hier kriege ich keine mehr. Die mobben mich jetzt ein bisschen. Ah, 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 ah. Nicht geil. Was soll das denn? Was soll das denn? Weg mit dir. Wo ist das Item hingefallen? So keins verloren. Ah, was ist hier los? Krasse Scheiße. Oh mein. Ah, alle getroffen. Nur nicht den vor mir. Bescheuert. So. Das sind noch mal mit der. Gebt mir die Items. Alle Items. Kann man alle verkaufen, glaube ich. So viele, wie ich davon habe, kann ich die bestimmt verkaufen. So, da können wir hoch. Die Roboter sind minimal nervig. Oh nein. Wir wissen alle, was hier passiert. Ja, das war so klar. Was ist das? Noch mal? Nee. Was ist hier? Achso, die ist kaputt. Okay, aber da ist, auf der Karte ist da... ...ne räumische. Bombe. Bombe? Huh! Ach da! Okay, ich hab's überlebt. Äh, da kann ich nicht weiter. Was geht hier ab? Kisten gehen hier ab. So, was haben wir denn hier? Platten, Platten. Gondelfahrt, die ist kaputt. Ich glaube, ich soll damit fahren. Ja, will ich das? Ich weiß ja nicht. Nutze eher, um die Richtung deiner magischen Angriffe zu ändern. Oh ja, bitte. Muss das sein? Ich glaube, das da will schießen. Ja. Ja, dankeschön. Ich seh schon, worauf das hinausläuft. Ich seh nämlich gar nix. So, eins. Da ist der nächste. Nicht gut. Oh Gott. Wieso schießt du da schon auf mich? Nicht gut. Was ist das? Geh weg. Weg von mir. Oh, Aufstieg. Oh Gott. Dammit. Reicht. Alle von mir. Oh, geht weg. Oh nein. Moment. Moment. Nein. Ich hab Angst. Weg mit euch. Ich muss meinen Magieschaden verdoppeln. Oh, geht weg. Alter. Was ist das hier los? Geh weg. Alter. Geh weg. Oh Leute. Das kann ich euch ernst sein. Wie lange geht denn das noch? Haben wir es geschafft. Ich trau der Ruhe nicht. Okay. Wir haben Level abbekommen. Wenigstens etwas. Muss ich das jedes Mal machen, wenn ich hier mitfahren will? Ich hoffe doch nicht. So. Ich glaube, ich muss hier lang, weil da war eine rote Lampe. So. Ich hab euch gesehen. Ich hab euch genau gesehen. Nein. Ja, natürlich hab ich nur die... Aua. 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 Es tut doch weh. Es tut doch weh. Es tut doch weh. So. Was machen wir jetzt mit euch? Das gleiche. Eins. Ah, hab ich beide erwischt? Nee. Okay. Er denkt sich nur, ich bleib stehen. Ah ne, er ist auch kaputt. Da kommen Bomben. Okay. Wurf. Oh. Weg damit. Ah, die tun weh. Ah, die tun weh. Ah, die tun weh. Ah, tat die weh. Okay, die hab ich aber auch kacke. Ich wusste nicht, dass der so lange braucht, um die nochmal aufzuheben. Weg damit. Okay. Nicht mal die da rübergeworfen. Oh, das geht wirklich. Wie krass der die wirft. Okay, da kommen wir nicht rein. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Oh Gott, das reicht gerade so. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das geplant ist, dass das gerade so reicht. Alter. Achso, das hätten wir auch machen können. Ja, sie ist tot, das wissen wir. Oh, sorry. Nein. Die waren doch nicht fertig. Ich dachte, sie wären fertig. Miracle. Oh, schön. Der letzte Satz kam doch nochmal. Oh nein, das sieht doch ganz klar nach Bosskampf aus. Und wir dürfen hier speichern. Das ist schön. Ich würde aber behaupten, Moment. Wie lange? Es ist zu kurz die Folge. Ja, komm. Ich hätte es um die Folge beendet. Oh, sonst ist sie zu kurz. Alert, alert. Intruder detected. Defenses activated. Commencing extermination protocol. Threat level orange. This bärts ill. ID badges are required to avoid disintegration. It appears that only machines remain in this infernal place. What's going on? Elimination procedure charged and with. Commencing extermination. Hallo, riesiges Maschinen-Ding. Was mich an Zelda erinnert. Es funktioniert nicht. Das Ding ist verrückt. Okay, was machst du denn so? Großes Maschinen-Ding, sie. Worauf muss ich mich jetzt gefasst? Laser. Okay. Laser. Sei bewusst von deinen Umständen. Moment mal. Nee, die tun sich nicht selbst weh. Schade, hätte ich jetzt gedacht. Okay, man kriegt die nicht. Keine Maschine kann uns defiieren. Wie geht's, du stoppst und hilfst uns. Okay, jetzt muss ich dagegen in die Hand schießen, wahrscheinlich. Könntest du mal aufhändig zu bewegen? Alter. Gegen die Augen schießen? Es kommt immer näher. Ah. Achso, okay. Gegen den Kopf hat Magie keine Chance. Aua. Ja, okay. Hier hat's mich erwischt. Das ist klar. Aber wir machen Schaden. Okay. Wir merken's nur nicht irgendwie an ihm selbst. Oh, nein. Geh weg. Oder ist die andere Hand? Ja. Tatsache. Okay. Oh, was zur Hölle. So treffe ich den noch nicht. Das ist ja so eine Phase, wo ich nichts machen kann. Laser. Aua. Mann. Da, 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 da. Ach, komm, ey. Ich war doch da drüber. Wuh. Okay. Haben wir's jetzt? Ah, ne, jetzt kommt ja. Fünf-Fingertechnik. So, dürfen wir jetzt wieder an dich, an dich ran? Ja, warte mal. Aua, ich wollte gerade weg, damit er mich eben nicht erwischt. Ich spring rein. Was mach ich denn? Nein, noch brauch ich's nicht. Weg, 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 weg. Okay. Verfällig jetzt? Kannst du mal aufhören? Danke. Bla, 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 bla. So, andere Hand. Komm schon. Ja, ja, das weiß ich. Weiß, das musst du mir nicht sagen. Das seh ich. Krieg ich dich jetzt noch mit der Faust? Was machen denn die ganzen anderen Sachen, die wir so haben? Man sieht nach Schaden. Na ja. Wir sind jetzt nicht so gut ausgerüstet. Oh Gott, das war knapp. Lalala. Leave me alone. Leave. Leave us alone. Okay, das geht nicht. Ha! Das ging zu schnell. Jetzt aber, komm, mit der Faust. Oh, getroffen sogar. Okay, jetzt kommt hier... Five Finger... Ich weiß nicht, wie ich's nennen soll. Er malt ein bisschen. Eigentlich ist es ja nur malen. Eigentlich ist er nur künstlerisch begabt. Eigentlich ist er nur ein Künstler. Ein Verkommener. Alter, jetzt wär ich fast falsch gesprungen. Okay. Kommt jetzt die Hand. Könntest du mal machen? Der braucht immer länger. Hallo. Könnt ich auf dich drauf? Das wär lustig. Ah, wär lustig irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich fänd's lustig. So, jetzt macht er den Scheiß wieder. Könnt ich ihn so treffen? Ich treff ihn so sogar. Die Hände... Ach so. Aber so zu spielen gerade ist anstrengend. Weil ich tausend Sachen... Oh, warte mal. Ich kann das nur durchjumpen? Ach so. Ach so. Das erleichtert ja einiges. Na gut. Ich dachte, ich muss immer den Weakspot treffen. Aber... Alter, das klang jetzt, ob ich sterben würde. So klang das. Bei der Weakspot würde das schon nicht besser sein. Vom Schaden her. Lalalala. Lalalala. Könntest du mal bitte aufhören? Lalalala. Lalalala. Danke. Lalalala. Falsche Hand. Habe ich falsch angezielt. Lalalala. Ach, ist das spannend. Komm schon. Was ist das für ein... Vor allem, das ist ja wahrscheinlich nur der erste Teil. Vielleicht kommt ja auch noch... Aua, ich bin voll reingesprungen. Ich war voll schlau. Ach man, jetzt... Ja, spring halt noch dreimal rein. Ich will durchspringen. Nicht rein. Will ihn doch auch dabei beschießen. So. Weißt du? So. Genau so. Können wir eben das hier machen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Alter. Ich hasse diesen Angriff. Der ist immer so schnell da. Und da rechnet man nicht. Okay. Ja, ach so. Jetzt kommt ja noch der... Der Spaß. Der Spaß ist ja gar nicht so spaßig. Komm, wir schaffen ihn vorher. Vorher hier ist. Komm schon. Nein, ich glaube nicht. Okay, Hände sind weg. Oh nein, was? Was? Dein Ernst? Ich habe die Hände, glaube ich, falsch gemacht oder so. Weil das dauert doch viel zu lange. Oh, jetzt kommen neue. Oh, Items. Nett. Oh nein, 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 nein. Nicht du. Oh, das war dumm. Oder auch nicht. Reck hier. Oh Gott. Oh, was? Vier Stück? Vier rote? Oh, geil. Muss man eben so arbeiten. Ja, ich nehme das gerade arbeiten. Ah, nein, Auer. Ich dachte, ich hätte noch genug Magie. Hatte ich aber nicht. Oh, nein. Stehscheiße. Die explodiert alles. Und ich sehe nicht was und wo und wie und warum. Ausgerissener Bolzen. Hallo. Können wir darüber reden, bitte? Oh, Leute. Das ist doch nicht mal lustig. Ich singe gleich genauso hoch wie die Frau da im Lied. Drei Stück? Ne, zwei. Drei. Oh, wir haben alle. Ernsthaft? Ich dachte zu Beginn, dass das Let's Place ist, dass das ziemlich Dings werden könnte, ne? Da habt ihr es. So sieht das dann aus. Das ist nur der Anfang. Und harmlos. Hätte ich hier hinten nicht getroffen, habe ich das gerade richtig gesehen. Ne, ich werde getroffen. Okay. Schieß mich da durch. Ich bin gar nicht hier. So, und jetzt du da. Oh, ernsthaft. Wisst ihr was? Den Kopf machen wir im nächsten Part, sonst wird das hier zu lang. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ehh. Und ich bin gar nicht hier. Und ich bin gar nicht hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017